So sieht scheiße aus. Ich werde es umbestellen. Wird cool. Zehnmal besser, ohne Spaß. Kann ja nicht sein, dass ich so einen Ausblick habe, aber die ganze Zeit gegen diese Wand schaue. Das macht keinen Sinn. Jetzt fragt man sich sowieso zu Recht, warum sitzt du drinnen, wenn du draußen sowas hast. Ich bin da komplett bei euch. Eigentlich möchte ich hier noch eine Sitzecke haben, aber die haben wir noch nicht. Und deswegen holen wir die jetzt mal. Hey, wisst ihr, Madeira ist wirklich traumhaft schön. Aber die Möbelsituation hier ist echt anders beschissen. Als wir hergekommen sind im Februar, gab es hier erst mal gar keine Gartenmöbel, obwohl es hier das ganze Jahr über 20 Grad ist. Aber das machen die nur, wenn irgendwie Touristen kommen und so weiter und so fort. Wenn die ganzen Airbnbs gebucht werden, dann gibt es hier Gartenmöbel. Also jetzt. Ich bin hier gerade so ein Localway gefahren und da vorne war einfach ein Straßenhund und ich kann da nicht nicht anhalten. Komm her. Ich weiß nicht wieso, aber in letzter Zeit sehe ich immer mehr Straßenhunde hier. Weiter geht's. Kurzes Vergnügen. Das, was ich haben wollte, haben sie hier nicht. Weiter geht's. Das will ich haben. Schnopper. Der Gerät ist größer als mein Auto. Trink 17. Auspacken. Portugiesische Transport-Sicherheitsbehörde wird, glaube ich, heute nicht mein Freund. Aber, äh, äh, äh. Passt. Aber du war einfach. So, ich hab mir das vorgestellt. Jetzt müssen wir nur noch schnipsen. In drei, zwei, eins. Ups. Kleiner Spaß. Das ging natürlich alles ein bisschen schneller. Was man hier beschermen kann an einem Tag, wenn man einfach mal ein bisschen Gas gibt. Aber um ehrlich zu sein, unser normaler Tagesablauf sieht nicht so aus. Heute war echt ein spannender Tag. Ich hab mir heute mal Zeit genommen. Ich hab heute nix auf Instagram gepostet. Hab auch meine Mails hinten angestellt, meine Anfragen, alles mit meinem Management hinten angestellt. Heute ist Quality-Tan. Ich glaub, das wird mal eine neue Arbeitsstation hier. Cheers. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Biertrinker. Zu Recht. Zu Recht. Ich hab jetzt gerade mal den Spieß umgedreht und hab bei ihm reingeguckt. Was? Prostata. Du Mädchen trinkst Cola Zero. Alter, wir trinken Bier, wir harten Menschen. Ich bin doch kein Mann. Das war das erste Bier, was ich trinke in meinem Leben. Mal harten Menschen hab ich gesagt, nicht mehr. Du hast schon mal Bier getrunken. Ja, aber Heineken noch nie. Doch. Chill doch mal. Doch. Das sieht direkt aus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.